Hallo Freunde des Tabletops und herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vorm Tabletop Hebelwerk. Ja, wir haben uns ja vorgenommen diese Woche ein paar Hinterhöfe zu bauen. Ich bin auch schwer dabei, das Problem ist, diese Nacht sind radioaktiv verstrahlte Affen in meine Wohnung eingebrochen und haben mir die Modelle geklaut. So ist das bei Affen. Ja, das heißt, wir müssen es noch in der Woche verschieben. Ja. Das heißt natürlich auch, ja, ist Tabletop-Zeit. Okay. Ist auch wirklich keine Ausrede. Ja, ja, ich glaube dir, die Affen sind immer schuld, die Affen. So, Freunde des Tabletops. Dann lasse ich mir mal ganz schnell was Neues einfallen. Hm, mal überlegen. Wir haben ja nicht nur Stroh im Kopf. Warum liegt ja eigentlich Stroh rum? Egal. Jedenfalls bauen wir kleine Heuballen und wir sehen uns am Ende des Videos. Für unsere heutige Folge benötigen wir nehmen, neben den üblichen Bastelmaterialien, Paketschnur und durchsichtige Klebestreifen. Im ersten Bauabschnitt nehmen wir uns die Paketschnur, machen da ein paar Schnüre zusammen, zu einem Knügel so und schneiden uns da etwas ab. Immer so ein paar Millimeter, dass wir sowas haben wie ein bisschen Flock. Das können wir dann so auseinanderwurschteln. So, wenn wir genug haben, machen wir weiter. Dann nehmen wir uns das Klebeband, machen davon zwei kleine Stückchen ab und packen uns die weg. Die brauchen wir später noch. Dann bereiten wir uns eine lange Bahn vor und kleben diese mit der Klebefläche nach oben auf einen Tisch oder eine Unterlage. Dann nehmen wir jetzt die zwei Stücken, die wir eben weggepackt haben. So, andere Seite auch noch und schön straff ziehen, dass die Klebefläche gut nach oben zeigt. Dann werden die Abschnitte schön verteilt auf dem Klebeband und festgeklebt, schön angedrückt. So, wenn es fertig ist, können wir den Klebestreifen abmachen und ziehen noch mal die restlichen Überschüsse weg. Die brauchen war später nochmal. Und beginnen das Ganze aufzurollen. Da könnt ihr euch ein Streichholz oder einen Zahnstocher nehmen zur Hilfe. Müsst ihr aber nicht. Und dann rollt ihr das Ganze zusammen. Die Struktur sollte natürlich außen sein und nicht nach innen. Dann wird ein kleiner Spritzer Sekundenkleber an die Klebestelle gemacht. Dann wird das Ganze zusammengeklebt. Haltet es ruhig ein paar Sekunden fest, dass es gut zusammenklebt. So, dann an die Knickkante, um die etwas zu vertuschen, kommt da jetzt noch etwas Leim ran und die Reste, die werden noch festgeklebt. Lassen wir es erstmal gut antrocknen. Dann machen wir uns ein Gemisch fertig aus Leim und Wasser. Also Leim in ein Gefäß machen. Wasser rein. Das Ganze gut umrühren. Dann nehmen wir uns den Heuballen, so wie er ist. Schmeißen den einfach in das Gemisch. Rühren das Ganze um, sodass es sich schön vollsaugt damit. Dann holen wir den Heuballen einfach raus. Legen ihn auf ein Stück Backpapier zum trocknen und das Ganze muss dann richtig gut durchtrocknen. Und somit ist der Heuballen dann auch schon fertig. So Freunde des Sableclubs, das war es auch wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Mike jagt gerade auch mit dem noch die Affen? Mike, findest du die Affen? Ja, wie gesagt, habt ihr auch schon Strohballen gebaut? Dann zeigt uns das, schreibt uns das, schickt uns Bilder, wir freuen uns drauf. Denkt jedenfalls immer dran, make the tabletop great again. So, dann kommen wir wieder nach vorne hier, dann sehen wir so fett aus. Jetzt geht's, sind wir gleich weit. Ich hab keinen Hals.